Er ist der Kapitän Siebenmal, das ist meine Lieblingszahl Da draußen läuft ein Mörder frei herum, Mitglied der Waffen-SS Interessiert es Sie? Sie? Die größte Menschheitskatastrophe gerät hier einfach in Vergessenheit Wovon reden Sie denn? Dass ein deutscher Staatsanwalt nicht weiß, was in Auschwitz passiert ist, ist eine Schande Das ist alles Propaganda Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden Aber eine konkrete Tat, ein konkretes Opfer Zehn Millionen Nazis Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben Herr Generalstaatsanwalt Bauer, das sind offizielle Listen von der Lagerleitung Auschwitz Das sind doch Beweise, oder? Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle Wie alle? Alle, die dort gedient haben Das waren doch Soldaten War doch Ihre Aufgabe Dieses Land will Zucker kursen Das will die Wahrheit nicht wissen Ich würde gerne mithelfen bei den Ermittlungen Berettmann, Sie werden nicht mithelfen Sie werden diese Ermittlungen leiten Mein letzter Fall war einfach nur eine Wahlhauptnis Ich will wissen, was dort passiert ist Wissen Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ich will, dass diese Lügen und dieses Schweigen endlich aufhören Wir haben Grund anzunehmen, dass im Lager Verbrechen begangen wurden Da wurden umgebracht Hunderttausende Mängel ist im Buenos Aires Das ist der Hauptbefehl Südamerika Das ist so weit weg Die Deutschen müssen sehen, was da für Verbrechen begangen wurden Von ganz normalen Menschen Du bist unausstehlich geworden Du siehst nur noch das Schlechte Du bist blind Ich sollte mich vergasen Sagen Sie endlich die Wahrheit befehl Mit Untertitel noch Du bist ein